Wie kann ich mich im Urlaub fit halten? Diese Frage hat Steven gestellt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Frage-Antwort-Video rund ums Trompete-Spielen. Mein Name ist Nico von Nikolajkamp Trompetentraining. Im Urlaub fit halten, das ist immer so eine große Sache, beziehungsweise eine Frage, die jedes Jahr wiederkommt. Wenn es in den Sommerurlaub, Herbsturlaub, Winterurlaub und etc. Natürlich, wenn es weggeht von daheim, möchte man natürlich dann trotzdem zurückkommen aus dem Urlaub und einigermaßen fit sein. Das heißt, seine Trompete auch nach wie vor gut spielen können. Natürlich immer mit ein paar Abstrichen, weil schließlich war man ja im Urlaub. Aber letztendlich ist es dann doch so, dass man nicht 24 Stunden am Pool liegt, beziehungsweise am Strand ist, sondern man hat natürlich auch die ein oder andere Minute Zeit, wo man sich dann fürs Trompete-Spielen auch etwas fit halten kann. Natürlich ist es ideal, wenn du in den Urlaub fährst, du kannst deine Trompete mitnehmen. Ich habe es schon öfter ausprobiert. Letztendlich gab es immer etwas Ärger mit den anderen Hotelbesuchern, beziehungsweise in der Ferienwohnung waren dann auch mehrere Leute. Die haben natürlich auch gesagt, wenn du mit der Trompete spielst, das ist unglaublich laut. Deswegen gibt es natürlich diverse Überdämpfer. Ich kam letztendlich irgendwann drauf, dass ich den typischen Dennis Wick Cup-Dämpfer genommen habe. Ich habe mal hier ein Tuch reingemacht und kann dann dementsprechend beim Trompetentrichter hier auch durch die bewegliche Cup letztendlich steuern, wie dicht diese Cup zum Trichter ist, beziehungsweise wie weit entfernt, um eben das Spielgefühl zu beeinflussen. Ich habe die Überdämpfer, beziehungsweise meinen Cup-Dämpfer mit Tuch mal mit dem Dezibel-Messer ausgemessen. Also es wird runtergeregelt, sowohl beim Überdämpfer als auch bei dieser Kombination, die ich gerne spiele, auf 70 Dezibel. Und deswegen habe ich mir gedacht, ja gut, wenn beides gleich laut, beziehungsweise gleich leise ist, dann nehme ich meine Version, weil ich letztendlich auch noch flexibel bin, etwas den Widerstand erhöhen, beziehungsweise erniedrigen kann und mich dann auch ganz wohl beim Trompete spielen fühle. Das heißt also, erster Tipp, wenn du mit Trompete spielen kannst, wenn du die mitnehmen kannst, dann mach das Überdämpfer, beziehungsweise Kombinationsdämpfer hier von Dennis Wick mit diesem Tuch drin. Dann hast du genau die gleiche Funktion wie ein Überdämpfer. Wenn du aber deine Trompete nicht mit in den Urlaub nehmen kannst, dann soll es natürlich trotzdem die Möglichkeit geben, dass du dich fit hältst. Wichtig ist natürlich immer dabei, dass du erstmal das Mundstück mitnimmst. Dann gibt es verschiedene Buzzer, beziehungsweise Mundstückaufsätze, mit denen man dann auch trainieren kann. Das heißt, du steckst da dein Mundstück drauf, lässt das eine Loch offen, beziehungsweise eventuell auch zwei und spielst dann eben auf diesem Buzzer deine Töne. Lang ausgehaltene Töne, Glissando-Übungen, Melodien, die du spielen kannst, Tonleitern, die du spielen kannst. Da kannst du natürlich auch noch gleich das Gefühl optimieren und auch dein Gehör schulen. Also der Buzzer, beziehungsweise das Mundstückspiel, das ist die Basisübung, die solltest du unbedingt immer dabei haben. Mundstück zuallererst und dann dementsprechend, wenn du es hast, auch noch Trainingsgeräte, die kosten so um die 30, 40 Euro. Also da lohnt sich auch die Investition, es ist nicht ganz so teuer. Aber letztendlich profitierst du davon, weil nämlich diese Buzzer, diese Mundstückaufsätze, auch den gleichen Widerstand haben, wie zum Beispiel später dann deine Trompete oder dein Flügelhorn. Das heißt, du hast kein freies Spielgefühl, wie hier bei diesem Mundstück, das offen in die Umgebung geht, sondern du hast hier noch etwas Feedback, beziehungsweise hast dann das gleiche Gefühl wie auf deinem Instrument. Gibt es übrigens von Tuba bis zur Trompete, also für jedes Blechblasinstrument. Wenn wir jetzt noch ein Stück weiter gehen, kann man natürlich auch sagen, okay, ich habe im Urlaub immer so 4 Minuten, 5 Minuten Zeit, wenn sich zum Beispiel die Freundin im Bad fertig macht fürs Abendessen oder du sowieso vorm Fernseher sitzt und so weiter und sofort, schlecht Wetter ist im Wellnessbereich, dann gibt es natürlich unterschiedlichste Trainingsgeräte, mit denen du deine Lippenmuskulatur stärken kannst. Ich habe aktuell sehr gerne den Pete von Warburton im Einsatz, den finde ich wirklich klasse. Aber natürlich gibt es auch noch Sachen wie zum Beispiel den Lippenexpander, beziehungsweise natürlich auch der reine Bleistift, den man auch optimieren kann, damit dieser eben dann auch zum Lippentraining benutzt werden kann. Das heißt, ich habe hier einen ganz klassischen Bleistift oben, den Radigummi etwas abgeschnitten und ein Gummiband rum. Dann habe ich etwas mehr Grip an der Lippe und kann dann dementsprechend, wie ich es euch gleich zeige, auch die Lippenmuskulatur im Urlaub trainieren. Also ich habe derzeit diesen Warburton Pete, also P-E-T-E nennt sich das Ganze und da haben wir zwei Seiten. Ich habe es im letzten Video schon vorgestellt, aber ich gehe nochmal gerne darauf ein. Einmal diese Seite und einmal diese Seite. Man fängt mit dieser Seite an, die hat oben auch so einen Gumminoppen. Das heißt, wenn ich dieses Teil, dieses Ende in den Mund schiebe, vor die Schneidezähne natürlich, also nicht draufbeißen, dann schützt dieser Gumminoppen dementsprechend den Kontaktpunkt zu den Zähnen und dann kann ich meine Lippenmuskulatur dementsprechend anspannen und halten. Und dementsprechend versuche ich natürlich so lange wie möglich meine Lippenmuskulatur aufrechtzuhalten beziehungsweise ich muss immer daran denken, dass ich nachspanne, weil diese Funktion der Lippe, die möchte sich gerne wieder entspannen, also in die Entspannung gehen. Deswegen muss ich mental dabei sein und immer daran denken, wieder nachzuspannen. Bei dieser Seite vom Warburton geht es nicht darum, dass ich jetzt wegziehe, sondern es geht einfach nur darum, wie beim Stift eben auch, ich stecke mir den in den Mund und halte bei meiner Muskulatur das Ende von dem Stift fest. Ganz wichtig dabei ist immer, dass die Kinnmuskulatur nicht nach oben zudrückt, sondern nach unten geht. Das heißt, ich habe wirklich differenziert die Kinnmuskulatur und diese Ringmuskulatur von meinem Mund und diese Ringmuskulatur packt von allen Seiten den Stift beziehungsweise den Piet oder den Lippenexpander und auf diese Art und Weise kann ich das Ganze trainieren. Ein zweiter Schritt in diese Richtung ist natürlich dann, dass ich das Gerät dementsprechend auch wegziehe. Beim Piet ist es eben diese Seite mit dieser Platte. Beim Stift kann ich das auch machen. Ich habe dadurch, dass ich das Gummiband drauf gemacht habe, etwas Grip, kann ich auch leicht wegziehen. Der Trainingseffekt ist beim Piet größer, weil es einfach eine größere Fläche hat. Das heißt, die Muskulatur muss etwas stärker gegenhalten. Beim Lippenexpander ist es so, dass ich natürlich durch diese Feder dann dementsprechend auch gleichzeitig immer diese Gegenbewegung habe. Das heißt, ich muss mit der Lippenmuskulatur stark festhalten, weil die Feder möchte sich natürlich wieder entspannen und dementsprechend in die Ausgangsposition zurückkehren. Das heißt also mit dem Piet natürlich dementsprechend auch, wie mit dem Lippenexpander unter Stiftübung, ist, ich nehme das Gerät in den Mund, spanne dann dementsprechend meine Lippenmuskulatur an und ziehe leicht nach vorne weg. Das heißt, dann wird meine Lippenmuskulatur automatisch sich dem Zug bzw. dem Lippenexpander bzw. dem Stift anpassen und natürlich sich anspannen und nach 3, 4, 5 Sekunden entspanne ich mich wieder. Und das ist dann 5-8 Mal gemacht. Das ist dann ein Set und das wiederhole ich dann immer so 5-8 Mal, je nachdem, wie viel Zeit man eben im Urlaub hat. Los geht's! Und dementsprechend wiederhole ich das eben dann diese 5-8 Mal und trainiere in diesem Fall eben die Lippenmuskulatur. Also, man hat natürlich die Möglichkeit, wenn man einen Piet hat bzw. den Lippenexpander auf diese beiden Geräte zurückzugreifen. Langfristig würde ich mir wahrscheinlich oder dir den Tipp geben, dass du dir den Piet anschaffst. Von dem bin ich wirklich sehr, sehr überzeugt. Der hat jetzt bei meinem Trainingsprogramm den Lippenexpander etwas ins Off geschoben, aber ich denke, ich werde auch später irgendwann mal wieder darauf zurückkommen. Aktuell ist mein Favorit der Piet. Wenn du keins dieser beiden Trainingsgeräte hast, entweder du schaffst dir eins der beiden an, das ist natürlich klar, oder du modifizierst dir dementsprechend einen Bleistift. Das heißt, hier hinten den Radiogummi abschneiden, damit es eine gerade Fläche ist, damit wir eben von diesem Metall unsere Zähne schützen können, Gummiband rum und dementsprechend auch gleich trainiert. Da kann man auch etwas wegziehen. Mehr Grip habe ich natürlich beim Piet, weil der eine größere Fläche hat, eine größere Platte von dem, mit der er eben hinten anzieht. Und beim Lippenexpander habt ihr auch schon gesehen, wenn ich sogar mal in die Kamera halte, das Ganze läuft hier konisch zu. Das heißt, es ist vorne etwas breiter, hier unten etwas dünner und da hat man auch ein ganz gutes Gefühl. Wichtig bei diesen Geräten, trainiert das Ganze mit trockenen Lippen, damit ihr einfach einen guten Grip habt und dementsprechend auch einen großen Trainingseffekt. Also, wir fassen nochmal zusammen, idealerweise natürlich mit Trompete und um die Nachbarn zu nerven und so weiter und so fort. Überdämpfer, Cupdämpfer und so weiter und so fort. Hast du eben nicht die Möglichkeit, wenn du zum Beispiel im Flugzeug unterwegs bist, dann nimm dementsprechend dein Mundstück mit. Hast du einen Buzzer oder andere Buzzingaufsätze, dann jederzeit diese mitnehmen. Vorteile, es fühlt sich an wie beim Trompete spielen, man kann auch ein bisschen rumexperimentieren und man hat natürlich auch die Möglichkeit, dann dementsprechend mit diesen Tränksgeräten Melodien zu spielen, aber natürlich auch seine Buzzingübungen zu machen. Und wenn man es richtig herausfordernd möchte, dann einen dieser Ansatztrainer, Stift, Lippenexpander oder Warburton Pete benutzen. Und dann wirst du definitiv auch mit ungefähr 10 Minuten, beziehungsweise mit dem Buzzer mache ich immer wesentlich mehr. Sobald Zeit ist, mache ich ein paar Töne, wenn man sich fertig macht, raus will und so weiter und so fort. Immer 4-5 Minuten, ein paar Töne, man spielt Melodien, man ist da kreativ, macht Glissando-Übungen. Und auf diese Art und Weise hältst du dich, deine Muskulatur und vor allem auch dein Spielgefühl immer präsent. Und kannst nach dem Urlaub dann auch wieder mit der Trompete starten und bist nicht 2 Wochen komplett out of order gewesen, sondern kannst dann dementsprechend auch schneller wieder mit der Trompete starten und dir dein vorhergehendes Spielgefühl wieder aneignen. Und dementsprechend kommst du natürlich nicht ganz roh aus dem Urlaub zurück, sondern bist dann eben schneller wieder im Trompetenspielen drin. Steven, ich hoffe, ich konnte dir mit diesem kurzen Video weiterhelfen, wie du dich im Urlaub fit halten kannst. Lass am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Bis dahin, ciao, euer Nico. Bis dahin, ciao, euer Nico. Bis dahin, ciao, euer Nico.